Hier ist der MyMonk-Podcast, in dem wir auf das Chaos des Menschenlebens schauen und über hilfreiche Dinge stolpern. Ich bin Tim, ich freue mich, dass du da bist. Ich war jetzt ein paar Wochen weg, weil ich über was gestolpert bin, was erstmal wenig hilfreich ist oder langfristig vielleicht doch, wer weiß das schon. Auf jeden Fall war hier eine Menge los und ich musste mich da erstmal neu justieren und ich habe auch mir ein bisschen Zeit genommen, um über was nachzudenken. Und in diesen Zeiten, in denen es Umbrüche gibt, neue Themen im Leben, die man so vielleicht nicht eingeladen hätte, da hilft mir oft eine Sache sehr, nämlich mir bewusste kleine Routinen zu schaffen oder wieder zurückzuholen, wenn die mir entglitten sind oder vielleicht auch zerfallen sind. Und am besten fange ich mit diesen Routinen schon am Morgen an. Ich habe da ein paar Mal drüber geschrieben in den letzten Jahren bei MyMonk über das, wie erfolgreiche und bekannte Leute ihren Morgen gestalten und mein Morgen ist in den letzten Monaten zugegebenermaßen oft ziemlich davon abgewichen. Ich habe als erstes zum Handy gegriffen, ich habe mich früh abgehetzt, völlig unnötig, um ins Büro zu kommen, obwohl da gar kein Chef wartet und und und. Aber wie gesagt, Routinen können eben auch echt gute Freunde sein und uns Halt geben und ja, am besten fängt man damit gleich frühs an, denn, Zitat, wenn etwas passieren soll, muss es gleich am Anfang passieren. Das hat Laura Wenderkamp, geschriebene Expertin für Zeitmanagement. Und ja, inzwischen ist es ja gut davor, dass Willenskraft ein Muskel ist, der über den Tag erschlappt und ein bisschen Willenskraft braucht, sogar die kleinste und die schönste neue Gewohnheit auch am Anfang. Übrigens, das werde ich immer mal wieder gefragt, seit längerem stehe ich schon nicht mehr 5 Uhr morgens auf. Das kann auf jeden Fall seine Berechtigung haben, das habe ich damals gemacht, um mein Online-Business aufzubauen neben meinem Job, also in dem Fall vor meinem Job, bevor ich ins Büro gegangen bin, hatte ich dann eben schon mal 2 oder 2,5 Stunden Zeit, dafür was zu machen. Also, jetzt würde es wenig Sinn machen, weil ich einfach 8 Stunden Schlaf brauche am Tag und wenn ich halt um 5 Uhr aufstehe, gehe ich um 9 Uhr ins Bett und habe keinen Abend mehr und das hat eigentlich, dafür gibt es jetzt wenig Gründe für mich, das so zu machen. Jedenfalls, Schritt 1 ist bei mir klassischerweise, bei meinem Morgenritual, das ich jetzt wieder aufgenommen habe, sofern meine Mutti mir nicht dazu vorkommt, aber die ist meistens gerade dann damit beschäftigt, mir die Klamotten für den Tag rauszulegen. Schritt 1 ist, mein Bett schnell zu machen und ich meine wirklich schnell, das muss nichts Ausgefallenes sein, ich habe jetzt auch keine 40 Deko-Kissen mehr, die ich schmuckvoll dahin richten oder herrichten müsste. Schritt 2 ist bei mir und daran hat sich nie was geändert, erstmal ein großes Glas Wasser trinken, weil man nach der Nacht einfach super dehydriert ist und sogar mit einer mäßigen Dehydrierung viel schlechter konzentrieren können. Und dann soll ja Sport sehr gut sein oder sagen wir in meinem Fall wenigstens Bewegung. Ich überlege gerade, ob ich meine abendliche Yoga-Mini-Session nach vorn verlege. Sport am Morgen, das machen ziemlich viele erfolgreiche Leute. Die Chefin von der Mode-Zeitung Vogue zum Beispiel an der Windtour, die spielt immer vor der Arbeit erstmal eine Stunde Tennis. Und andere gönnen sich ab und zu zum Beispiel einen Personal Trainer oder eine Sportgruppe draußen. Das könnte auch was für mich sein, der Personal Trainer oder die Sportgruppe am Morgen. Wenn das jemand von euch schon mal ausprobiert hat, dann schreibt mir sehr gern von euren Erfahrungen, das würde mich sehr interessieren, an tim.mymonk.de oder bei Instagram nach mymonk suchen. Ja, wozu das für euch geführt hat, dieser soziale Halt durch einen Trainer oder durch eine Gruppe draußen. Neulich habe ich wieder die wohl wahre Geschichte gehört, wie Tim Ferriss auf der Insel ist von dem Virgin-Gründer und Milliardär Richard Branson zusammen mit 20 anderen. Das war irgendwie ein exklusives Seminar und einer hat gefragt, hey Richard Branson, was ist denn das Geheimnis deiner Produktivität? Wie hast du diese x unterschiedlichen erfolgreichen Unternehmen in unterschiedlichsten Branchen aufgebaut? Und Richard Branson hat geantwortet, ich mache Sport und ich habe dadurch viel, viel mehr Energie für alles andere. So, dann hätte ich also schon mal das Bett gemacht, was getrunken und ein bisschen Yoga gemacht. Und jetzt könnte man natürlich noch meditieren, wie der Dalai Lama, der drei Uhr morgens aufsteht und bis fünf meditiert an jedem Tag. Oder man könnte kreativ sein, ganz bewusst, wie Benjamin Franklin, der morgens erstmal noch in seinem Schlafrock oder wie auch immer durch seine Kammern gestreift ist und nachgedacht hat und Ideen aufgeschrieben hat, bevor die Tür aufgemacht hat. Oder man könnte was lesen, wie Warren Buffett, der große Investor, der, als er nach seinem Erfolgsgeheimnis gefragt wurde, gesagt hat, ich lese 500 Seiten jeden Tag. So funktioniert Wissen, es summiert sich, baut aufeinander auf wie Zinseszins. Und etwa 80 Prozent von seiner ganzen Arbeitszeit verbringt Warren Buffett nur damit, neben Büchern zählen zu sein, in seinem Fall auch etliche Zeitungen zur Lektüre, nur damit zu lesen. Und Bill Gates liest immerhin mindestens ein Buch in der Woche, Mark Zuckerberg ein halbes. Steve Siebold, der 1200 Millionäre interviewt hat, der hat herausgefunden, dass Lesen eine der Lieblingsbeschäftigungen nahezu aller reichen Menschen ist. Nicht saufen oder Arschloch sein, wie etliche Leute vielleicht denken mögen und natürlich geht es jetzt hier nicht immer darum, reich zu werden, aber irgendwas auf die Beine zu stellen, dann, da kann man dann auch manchmal in so eine Richtung schauen, was da vielleicht reichen Menschen geholfen hat. Ich werde dann allerdings erstmal nach dem Yoga, dem vorgenommenen Yoga, erstmal ins Büro fahren und dort den Tag planen, was vor allem in den letzten Wochen viel zu kurz gekommen ist. Und wenn ich das nicht mache, dann merke ich meistens irgendwann, puh, der Tag ist halb vorbei, aber was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Und wie, um mich dann selbst zu beruhigen oder zu bestrafen, checke ich dann halt noch ein paar Mal die Mails am Feierabend und das fühlt sich dann an, als wäre ich da doch irgendwie fleißig, womit ich mich gleich doppelt betrogen habe, nämlich um meine Arbeits- und meine Freizeit. Also Gegenmittel wieder einführen, morgens im Büro angekommen, drei Dinge aufschreiben, die ich an dem Tag machen will und die wirklich einen Unterschied machen. Das ist übrigens ein Punkt, über den ich sehr viel nachdenke aktuell. Es ist egal, wie man sich, ob man sich nach etwas fühlt, ob man sich selbstbewusst fühlt, ob man sich gut oder, ob sich etwas gut oder schlecht anfühlt, ob man gerade großes Selbstvertrauen hat oder Zuversicht spürt oder nicht. Was passieren muss, ist zum Beispiel das Laufen, nicht die Motivation zum Laufen oder zu was auch immer. Manchmal frage ich mich, wie ich mich selbst dazu bekomme, mich nach Sport zu fühlen oder zum Sport zu motivieren, aber das ist nicht die richtige Frage und nicht das eigentliche Problem. Das Problem ist, dass ich den Sport nicht mache, beziehungsweise, dass ich überhaupt die Frage nach der Selbstmotivation stelle, weil sich dadurch so eine Idee verfestigt, ich müsste mich erst unbedingt nach etwas führen, bevor ich es tun kann. Es gibt aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, das ist eine moderne Form von der Verhaltenstherapie, eine Übung, bei der es um den sogenannten Ungehorsam gegen die eigenen Gedanken geht, denen wir uns oft unterwerfen. Die Übung geht einfach so, du konzentrierst dich auf deinen Arm und dann sagst du dir in Gedanken, ich kann den Arm nicht bewegen, ich kann den Arm nicht bewegen, das kannst du 20, 30 Sekunden lang machen und dann bewegst du ihn einfach trotzdem, trotz der Gedanken, dass du das nicht kannst. Du bewegst einfach deinen Arm und was man dabei lernt oder zumindest mal klar sehen kann, ist, nicht die Gedanken sind das Problem, zum Beispiel, dass wir nicht gut genug sind oder noch nicht vorbereitet genug oder sowas oder zu faul oder zu müde gerade. Das Problem sind nicht die Gedanken, sondern dass wir uns nach ihnen richten. Zurück zum Thema des Morgenrituals, ich bin immer mehr ein großer Freund von Einfachheit und deshalb hat man jetzt wieder teils am Anfang stehendes Morgenritual, auch wirklich nur vier Schritte, Bett machen, Wasser trinken, ein bisschen Yoga-Tagplan und das ist jetzt gar nicht so super fancy oder durchgestylt und klingt erstmal nicht nach viel, aber dann fällt mir wieder was ein, was passiert, wenn man zwei Geraden zeichnet, die am gleichen Punkt anfangen und nur ein ganz kleines bisschen, ganz wenige Winkel gerade voneinander abweichen. Und wenn man diese Linien dann weiterführt und weiterführt, dann ist der Abstand irgendwann riesig, riesig groß. Was mir in der Vergangenheit gerade in schwierigen Phasen geholfen hat, wo ich irgendwie ein bisschen beängstigt war, hoffnungslos, vielleicht sogar oder demotiviert oder was auch immer, das war drei Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Inzwischen mache ich solche Sachen, solche ganz kleinen Sachen, genau wie kleine Atem-Meditationstechniken, eher hier und da ein paar Mal am Tag und wenn es immer nur 30 Sekunden oder eine Minute sind. Über den Tag verteilt, das funktioniert für mich besser als dieses, ich muss jetzt jeden Morgen 20, 30 Minuten meditieren. Das funktioniert für mich meistens nicht gut. Duschen und aufs Klo gehen habe ich jetzt nicht groß ausgeführt, obwohl auch bei mir beides vorkommen kann. Und über das Frühstück habe ich deshalb nicht gesprochen, weil es keins gibt bei mir an den meisten Tagen. Ich mache schon ganz lange Intervallfasten und ich merke, dass ich da einfach morgens klarer im Kopf bin. Genau, das war jetzt mein Morgenritual. Ich wäre sehr gespannt, wie eures aussieht. Schreibt mir an tim.atmymonk.de oder bei Instagram mymonksuchen. Und wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das sehr gerne, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und so oder so wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis bald vielleicht. Ciao.